Christian Morgenstern, Palmström Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschnäuzen. Er gehört zu jenen Kreuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet, und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschnäuzt entschreitet. Das Böhmische Dorf Palmström reist mit einem Herrn von Korf in ein sogenanntes Böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korf, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück. Tief entzückt kehrt unser Freund zurück. Und er schreibt in seine Wochenchronik »Wieder ein Erlebnis, voll von Honig« Nach Norden Palmström ist nervös geworden, darum schläft er jetzt nach Norden. Denn nach Osten, Westen, Süden schlafen, heißt das Herz ermüden. Wenn man nämlich in Europen lebt, nicht südlich in den Tropen. Solches steht bei zwei Gelehrten, die auch Dickens schon bekehrten, und erklärt sich aus dem steten Magnetismus des Planeten. Palmström also heilt sich örtlich, nimmt sein Bett und stellt es nördlich. Und im Traum, in einigen Fällen, hört er den Polarfuchs bellen. Westöstlich Als er dies von Korf erzählt, fühlt sich dieser leicht gequält, denn für ihn ist Selbstverstehung, dass man mit der Erdumdrehung schlafen müsse, mit den Pfosten seines Körpers strikt nach Osten. Und so scherzt er kaustisch-köstlich »Nein, mein Divan bleibt westöstlich.« Der vorgeschlafene Heilschlaf Palmström schläft vor zwölf Experten den berühmten »Schlaf vor Mitternacht«, seine Heilkraft zu erhärten. Als er da ist zwölf erwacht, sind die zwölf Experten sämtlich müde. Er allein ist frisch wie eine junge Rüde. Die Kugeln Palmström nimmt Papier aus seinem Schube und verteilt es kunstvoll in der Stube und nachdem er Kugeln draus gemacht und verteilt es kunstvoll und zur Nacht und verteilt die Kugeln so zur Nacht, dass, wenn er plötzlich nachts erwacht, dass, wenn er nachts erwacht, die Kugeln knistern hört und ihn ein heimlich Grugeln packt, das ihn dann nachts ein heimlich Grugeln packt beim Spuk der packpapierenden Kugeln. Im Tierkostüm Palmström liebt es, Tiere nachzuahmen, und er zieht zwei junge Schneider lediglich auf Tierkostüme. So zum Beispiel hockt er gern als Rabe auf dem oberen Aste einer Eiche und beobachtet den Himmel. Häufig auch als Bernhardiner legt er zottigen Kopf auf tapfere Pfoten, bellt im Schlaf und träumt gerettete Wanderer. Oder spinnt ein Netz in seinem Garten aus Spagat und sitzt als eine Spinne tagelang in dessen Mitte. Oder schwimmt ein glotzgeäugter Karpfen rund um die Fontäne seines Teiches und erlaubt den Kindern, ihn zu füttern. Oder hängt sich im Kostüm des Storches unter eines Luftschiffs Gondel und verreist so nach Ägypten. Die Tag-Nacht-Lampe Korf erfindet eine Tag-Nacht-Lampe, die, sobald sie angedreht, selbst den hellsten Tag in Nacht verwandelt. Als er sie vor des Kongresses Rampe demonstriert, vermag, niemand, der sein Fach versteht, zu verkennen, dass es sich hier handelt, finster wird's am hellerlichten Tag und ein Beifallssturm das Haus durchweht und man ruft dem Diener Mampe Licht anzünden, dass es sich hier handelt um das Faktum, das gedachte Lampe in der Tat, wenn angedreht, selbst den hellsten Tag in Nacht verwandelt. Korfs Geruchssinn Korfs Geruchssinn ist enorm, doch der Nebenwelt gebricht's, und ihr Wort »Wir riechen nichts« bringt ihn oft aus aller Form. Und er schreibt wie Stangdal Bale stumm in sein Notizbuch ein, »Einst, nach überlanger Weile, werde ich verstanden sein.« Die Geruchsorgel Palmström baut sich eine Geruchsorgel und spielt darauf von Korfs »Nieswurzsonate«. Diese beginnt mit Alpenkräutertriolen und erfreut durch eine Akazienarie. Doch im Scherzo, plötzlich und unerwartet, zwischen Tuberosen und Eukalyptus, folgen die drei berühmten Nieswurzstellen, welche der Sonate den Namen geben. Palmström fällt bei diesen »Hatzis« Synkopen jedes Mal beinahe vom Sessel, während Korf daheim am sichern Schreibtisch sitzend Opus hinter Opus aus Papier wirft. Der Weltkurort Palmström gründet einen Weltkurort. Mitten auf der schönsten Bergeskrone schafft er eine windgefeite Zone für die Kur sowohl wie für den Sport. Nämlich eine Riesenzentrifuge, innerhalb von welcher das Hotel schlägt den stärksten Sturmwind ab im Fluge und zurück zu seinem Ursprungsquell. Unerreicht vom bitterbösen Nord, unerreicht vom bitterbösen Föhne, blüht der neue Platz in stiller Schöne, und zumal im Winter ist man dort. Die Mausefalle 1 Palmström hat nicht Speck im Haus, dahingegen eine Maus. Korf bewegt von seinem Jammer, baut ihm eine Gitterkammer, und mit einer Geige fein setzt er seinen Freund hinein. Nachts ist's, und die Sterne funkeln, Palmström musiziert im Dunkeln. Und derweil er konzertiert, kommt die Maus hereinspaziert. Hinter ihr geheimer Weise fällt die Pforte leicht und leise. Vor ihr sinkt in Schlaf alsbald Palmströms schweigende Gestalt. 2 Morgens kommt von Korf und lädt das so nützliche Gerät in den nächsten, sozusagen mittelgroßen Möbeln. den ein starkes Roß beschwingt nach der fernen Waldung bringt, wo in tiefer Einsamkeit er das seltene Paar befreit. Erst spaziert die Maus heraus und dann Palmström nach der Maus. Froh genießt das Tier der neuen Heimat, ohne sich zu scheuen, während Palmström Glück verklärt mit von Korf nach Hause fährt. Alpinismus Palmström rechnet mit von Korf zu Haus den Kubikinhalt der Alpen aus. Denn er denkt die Alpen sich als einen Würfel aus Touristen, Kühen und Steinen und fixiert des Würfels Höhe auf Praetapropter 63 Kilometer. Er besteigt, statt dass wie sonst er reist, ihn in Julienächten oft im Geist. Einhundertneunzigtausend Fuß ob Tschirne liegt er und sieht faustgroß die Gestirne. Die Mittagszeitung Korf erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt, ganz ohne Zubereitung irgendeiner anderen Speise. Jeder auch nur etwas weise hält das Blatt. Palmström legt es nachts sein Chronometer Palmström legt es nachts sein Chronometer, um sein lästig Ticken nicht zu hören, in ein Glas mit Opium oder Äther. Morgens ist die Uhr dann ganz herunter. Ihren Geist von Neuem zu beschwören, wäscht er sie mit schwarzem Mocka munter. Der Träumer Palmström stellt ein Bündel Kerzen auf des Nachttischs Marmorplatte und verfolgt es beim Zerschmelzen. Seltsam formt es ein Gebirge aus herabgeflossener Lava, bildet Zotteln, Zungen, Schnecken. Schwankend über dem Gerinne stehen die Dorte mit den Flammen gleich wie goldene Zypressen. Auf den weißen Märchenfelsen schaut des Träumers Auge Scharen unverzagter Sonnenpilger. zu Hause aus herabgeflossener Scharen Schare Schare Untertitelung des ZDF, 2020